So, Matthias, du hast hier eingecheckt, wie gefällt es dir hier? Mir gefällt es super gut, das Wetter hier in Düsseldorf passt natürlich auch. Wir haben November und Matthias sitzt mit T-Shirt hier. Mit T-Shirt hier, ne? Hast du auch Lichtschutzfaktor 50 dabei für die gute Sonne? Ich habe überhaupt keinen Lichtschutzfaktor. Ich sehe nur nichts, weil ich habe keine Sonnenbrille dabei, ihr Leute. Komm, ihr pfetzt noch ein bisschen, dann kann ich auch die kleinen Schlitzauchen machen. Ja, aber... Aber ein Sektapfer rollt schon mal drin, oder? Natürlich, ne? Und die Tante Christine sitzt auch hier mit dabei. Ja. Und Prösterstöschchen. Ja.